Björn München, Ex-Spieler Mario Baseler verteidigt den aktuellen Trainer Björn Julian Nagelsmann kotzt mich an. Abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, was mit Deutschlands Größtem passiert. Trainer Julian Nagelsmann kassiert nach der 0 zu 1 Niederlage bei Augsburg Kritik und die zuletzt schwache Leistung seines Teams. Ex-Fußball-Profi Mario Baseler ist sehr gegen die Kritik am Trainer von Julian Nagelsmann. An der Seite von FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann verteidigt sich Mario Baseler mit klaren Worten. Es nervt mich, wie Leute Julian oder die Trainer angreifen. Was kann Julian dagegen tun, wenn Sané dreimal aufs Tor läuft und nicht reinlegt? Julian ist ein hervorragender Trainer, sagte der Baseler bei Sport1 in der Sendung Rudi. Brückner, ein Gespräch am Montag. So das Resümee von Ex-Spieler Mario Baseler. Man muss Trainer Julian auch Zeit geben. Einige Spieler sind neu im Team. Der ein oder andere Spieler wie Musiala und Sané wurden wieder auf den Platz gestellt oder gut in den Kader integriert. Warum hast du immer Zweifel an Julian? Uli muss für Julian auf den Boden treten, sagte Baseler, ein ehemaliger Spieler des FC Bayern München. Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern und hat noch immer großen Einfluss. Stimmen Sie Mario Baseler zu? Kommentiere hier. Viele gute Inhalte werden folgen. Wir aktualisieren immer mit dem Giganten aus Deutschland. Dann melde dich an. Ihr Abonnement motiviert uns, mehr Inhalte zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank.